Hallo liebe Afrika Green Tech Community, mein Name ist Malte. Wir sind heute am zweiten Tag des Impact Festival. Wir haben hier gerade unser Get-Together. Vorhin gab es eritreisches Essen, jetzt sind unsere beiden wundervollen DJs noch hier am Start, machen ein bisschen Musik. Ansonsten haben wir noch unseren Solartainer. Interessierte Leute können eine Führung machen. Die Stimmung ist gut, wir sind happy hier zu sein. Falls ihr Fragen habt, meldet euch, besucht afriagreentech.investment. Macht's gut!